... in den Strümpfen. Und junge Mädchen mit knappen Badeanzügen. Und knackigerem Körper als man selber. Also als ich ein junges Mädchen war, da habe ich mich immer im Sand eingegraben. Kopf zuerst. Hör zu, Christian. Bei deiner Untersuchung sind wir auf gewisse Anomalien gestoßen. Das CT hat... Das heißt? Das heißt, dass ich dich hier behalten muss. Aber mir ist doch nur ein bisschen schwindelig und die Kopfschmerzen... Ich denke, dass es in den nächsten ein bis zwei Tagen schlimmer wird. Schlimmer? Du wirst sehr starke Kopfschmerzen bekommen. Und dich oft übergeben. Ich werde was? Das ist doch ein Scherz, oder? Christian. Du hast einen Tumor im Gehirn. Ich kann... Ich meine... Es ist sehr ernst. Und find peace. Just as a shepherd guides and protects his flock. This stone will guide you the right path. This is the stone of forgiveness. May the gate to the kingdom of God be open unto you. Los, ich pisse euch an. Mach die Morda auf. And then. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Bis zum nächsten Mal.